Wir begrüßen Sie in der S5 nach Weil am Rhein-Gartenstadt, Weil am Rhein-Pathistrasse, Weil am Rhein-Ostzelt in Wiesenthal. Eine gute Reise wünschen SBB und bewegt. Weil am Rhein-Gartenstadt Weil am Rhein-Pathistrasse, Weil am Rhein-Ostzelt in Wiesenthal, Lörrach-Stadt, Lörrach-Museum Urkhof, Lörrach-Hauptbahnhof. Eine gute Reise wünschen SBB und bewegt. Eine gute Reise wünschen SBB und Bewegt. Malburg, Schopfheim West, Schopfheim Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, Schopfheim Schlattholz, Farnau, Austreitbach, Schopfheim, St. Nächster Halt zählt in Wiesenthal, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Wir begrüßen Sie in der S5 nach Hausenreitbach, Fahnau, Schopfheinschlatholz, Weil am Rhein. Eine gute Reise wünschen SBB und bewegt. Hausenreitbach, Fahnau, Schopfheinschlatholz. Hausenreitbach, Schopfheim, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, Schopfheim West, Malburg. Eine gute Reise wünschen SBB und bewegt. Steinen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, Lörrach-Brombach. Lörrach-Schwarzwaldstrasse, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt auf Verlangen, Lörrach-Hauptbahnhof. Eine gute Reise wünschen SBB und bewegt. Nächster Halt auf Verlangen, Lörrach-Museum-Urkhof. Nächster Halt auf Verlangen, Lörrach-Städten. Nächster Halt auf Verlangen, Lörrach-Dammstrasse. Nächster Halt auf Verlangen, Lörrach-Dammstrasse. Nächster Halt auf Verlangen, Lörrach-Dammstrasse. Nächster Hall bei Am Rhein, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen.